... Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Wie geht eigentlich Musik? Na, wer von euch schlauen Leuten hat erraten, welche Musikrichtung das gerade sein sollte, falls ihr es nicht schon im Titel gelesen habt? Richtig! Ich bin ein Mann der Kontraste. Beim letzten Mal hatten wir ja Hearts partiell und dieses Mal... Polka! Die Tschechen und Polen unter euch haben sogar verstanden, was das heißt. Denn die heilige Wikipedia lehrt uns, Polka ist tschechisch und polnisch für das Wort Polin. Wer hätte das gedacht? Vorher hieß der Tanz übrigens Nimra. Was das heißt, weiß ich nicht. Mir ist übrigens eingefallen, als ich die anderen Wie geht eigentlich Musik-Folgen so gedanklich durchgespielt habe, dass ich eigentlich immer nur vier Vierteltakte erklärt habe. Vier Viertel. Und obwohl sich dieser Polka-Beat, den wir am Anfang des Videos schon gehört haben, anfühlt wie ein Viervierteltakt, ist er ein ZWEIVIRTELTAKT. Ja, jetzt aber erstmal, also die Polka gibt es seit 1830 in etwa. Und es gibt sogar in der klassischen Musik Polken. Ist das die Mehrzahl? Zum Beispiel von Josef Strauß und seinem Sohn Johann Strauß. Die haben so einige Polken geschrieben, die sind in der Videobeschreibung. Verlinkt übrigens auch andere Polken, die man sich mal anhören können sollte. Die sind alle da. Die Polka, die ich euch heute vorstelle, ist keine Polka im eigentlichen Sinne, denn das Originallied ist keine Polka. Ich mache nämlich ein Polka-Cover. Genauso wie der Übergott der Polka-Covers, Weird Al Jankovic. Wer von dem Typen noch niemals was gehört hat, der kann auch mal in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich euch was Leckeres von ihm reingelegt. Wie gesagt, das Lied, was ich heute covern werde, ist in seiner ursprünglichen Version keine Polka. Es hat noch nicht mal im Entferntesten was damit zu tun. Es ist nämlich Nothing Else Matters von Metallica. Oh yeah! Das Lied ist nicht mal im Viervierteltakt. Es ist im Sechsachteltakt, glaube ich, oder im Zwölfachtel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, eins, zwei, acht, vier... Ihr versteht das Prinzip? Klasse! Dann können wir ja direkt anfangen, das Lied zu zerstören. Wir fangen an mit den... Drums. In meiner Polka spielt das Schlagzeug, weil es ein Zweivierteltakt ist, Two on the Floor, also quasi Totf. Und die Hi-Hat ist im Offlied. In der klassischen Polka gibt es eigentlich gar kein Schlagzeug, aber das stampft so schön. Weiter mit dem... Bass. Der Bass legt sich schön auf die Kickdrum wie auf ein viel zu hartes Kissen und spielt auf der Eins den Grundton und auf der Zwei die Quinte. Also der fünfte Ton in der jeweiligen Skala. Wow! Bisher nicht Sonderlied. Spannend. Machen wir weiter mit der Gitarre. Die Gitarre spielt bei uns schön in den Offbeat hinein, ähnlich wie beim Ska oder Reggae. Nur das ist bei uns viel, 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 viel schneller passiert. Warum in den Offbeat, fragt man sich jetzt natürlich, weil... Und jetzt kommt die Antwort. Weil es sonst nicht so beschwingt wäre. Und wenn die Gitarre nämlich auf den Onbeat spielen würde, dann wäre es plötzlich wieder Hardstyle. Schön. Weiter mit dem... Keyboard. Das Keyboard spielt wie die Gitarre in den... Offbeat. Überraschung. Wir kommen als nächstes zum Gesang. Es fehlt noch etwas sehr Wichtiges. Denn eine Polka wäre keine Polka ohne ein anständiges Akkordeon. Ja, den Sound dieser Quetschkommode kennen wir und wir lieben ihn gar sehr. Das Akkordeon spielt jedoch keine Offbeat. Nein, es improvisiert lustig über die Melodien und Harmonien und macht so Arpeggios. Aber auch hin und wieder Aufbeat. Und dann schon mal wieder ein Arpeggio. Vielen Dank, Maestro. Und nun kommen wir final zum Gesang. Ja, singen kann man wie man will. Ab und zu wird auch geklatscht. Und ich singe in diesem Beispiel einfach wie ich. Ja, singen kann man wie man will. Say. Danke. Bist du överholt. Ja, singen kann man wie man is. Absolut. Dweisst in diesem Beispiel. Be careful what they know But I know The videos that I have linked here And subscribe to the channel As well as at Bongo Boulevard You can do the same thing There are always very nice music sessions With the musicians But also with me A small joke at the end Now